So. Neues Spiel, neues Glück. Oh, da ist ein Eisbär. Warte, achso, ich hab das Intro noch an. Ich mach's nochmal. Neues Spiel, neues Glück. Oh, da ist ein Eisbär. Nee, das war's nicht. Ich wollte eigentlich drauf zulaufen und das. Ähm. Was muss ich noch machen? 6.000 Meter Fallschirm. Und es mitkippt. Aaaah. T-t-t-t. Ein Sleeve. Ein Sleeve. Kann man sich, ähm, zieht man sich so an? Und dann, und das ist eigentlich ultradämlich, dann slidet die Hand besser übers Mauspad. Ich hab gehört, ich hab jetzt übrigens 241 FPS grad eben. Es gibt anscheinend Zuschauer, die spielen mit sagenumwobenen 20 FPS. 20 FPS? Oh mein Gott. Oh mein Gott, 20 FPS. Ich glaub ich, ich hab eigentlich, ich probier das nachher mal aus. Ich stell mal, ich stell mal die, man kann es ja einstellen, ne, auf wie viel FPS das Game limitiert ist. Ich stell's mal auf 20 FPS ein und schau mal, wie weit ich komm, aber ich glaub ich werd voll, voll, voll sterben. 20 FPS? Ai, ai, ai. Wahnsinn. Oh, ich hab'n Grafik-Bug. Ich sollte vielleicht nicht so viel über FPS reden. Da ist ein Boot, das ist gar nicht so schlecht. Pische? Da sind ne Horde Dudes kommen hier runter. Alter Schwede, da kommen aber echt ne Horde Dudes runter. Oh, das ist gut. Das ist gut. I like. Oh, die Skar. Ja, passt. Lass' mal so. Wo sind die Dudes? 99 FPS? Ist komisch, wie die FPS so extrem drücken, manchmal. Oh, C4. Nice. Kompensator. Let's go. Wait, Moment. Na, passt. Es geht ab. M416 brauche ich heute auch. So, wir haben einen Cut. Ja. Hier. Wir sehen. Das ist ja mal voll schief gelaufen. Ohren zu halten. Was, ich hab den nicht erwischt. Merkenswert. Was soll das? Wir müssen uns doch nochmal mit dem Typen rumärgern hier. Jetzt ist er geblendet. Jetzt ist er geblendet. Auf. So weit zu. Jetzt habe ich einen C4 verblasen, wegen dem Typen. Wo ist mein M416? Ich muss direkt vor meiner Nase irgendwo sein. Rechts war auch einer. AKM oder was? Nur AKM glaube ich. Hier irgendwo, oder? Wurde ich auch gerade noch geballert. Der ist cool drauf, oder? Ich glaube, ich habe den übersehen können. Gottes Willen. Na, das war ja jetzt nicht so die Heldentat hier. Naja, wir nehmen das. Dauert ja sonst ewig hier. Der Weihnachtsmann. Extended Cutter. Boah, ey, das wurde mir gerade fast zum Fängnis. In die falsche Richtung geguckt, gehört. Okay, wird langsam. Holiday Hat. Holiday Hat. Wie kriege ich den? Ich will auch den Holiday Hat. Ich habe übrigens neulich in einem Video gehört, dass bei Call of Duty die Leute anscheinend, wenn sie sich einen neuen Skin kaufen, gematcht werden mit Leuten, die schlechter sind als selbst, weil sie sich dann besser fühlen und das unterbewusst damit in Verbindung bringen, dass sie sich den neuen Skin gekauft haben. Ähm, lass das mal einsinken. Das ist nochmal eine bemerkenswerte Art. Geld einzutreiben von seinen Spielern. Ultramanipulative Nummer. Fand ich bemerkenswert. So, wo muss ich denn hin? Eigentlich bin ich mitten in der Zone. Ich muss gar nichts machen. Außer aufräumen hier noch ein bisschen. 54 Leute am Start. Also, es bedeutet, man wird gematcht mit schlechteren Leuten, wenn man sich einen neuen Skin kauft, bei Call of Duty. Damit man den Kauf eines Skins mit was Positiven in Verbindung bringt, nämlich potenziell im Seek. War da einer gestanden? Oder habe ich den eingebildet? Jetzt hat nur so ausgehend. Naja, das Wasser hat komisch gerendert. Nehmen wir einen Buggy und heizen ein bisschen rum. Machen wir. Nehmen Buggy ist eigentlich eines der besten Autos, eines der besten Fahrzeuge in PUBG. Können Sie echt sagen. Rechts. On the road again. Ich bin da mir bei einer. Vor mir war einer. Da war auch noch einer irgendwo. Sinn nicht. Doch. Auto. Kommt direkt zu mir. Ne, kommt nicht zu mir. Fährt rechts zu mir. Was macht der? Okay. Okay. Oh mein Gott. Der hat sich selbst geblendet. Hat er da was im Kofferraum? Wollen wir ja mal kurz einen Tanz machen. So, da waren da noch irgendwelche Dudes am Start. Was sind denn alle? Ha? Rechtsaus. Unsere Duggen. Oh mein Gott, wie viele Buggy's hier rumstehen. Oh mein Gott, wie eine Crade da steht. Oh mein Gott, wie da bestimmt was voll Gutes für mich drin ist. Glücklich. Die Farmers ist geil. Die Farmers ist richtig cool. Aber ich kann kein Extended Mag nehmen. Das ist schade eigentlich. What? What the fuck is that? What the frick? Schau dich das an. Was ist hier passiert, bitte schön? Ist das... Das ist ja Wahnsinn. Nein, den will ich nicht. Was ist denn hier, bitte schön, passiert? Hä? What the fuck is that? Oh mein Gott, hier ist eine Massenbegräbnisstätte. Schaut euch das an. Ein Massenbegräbnis hat hier stattgefunden. Wie kann ich Screenshots machen? Das gibt's ja nicht. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wo kommt die Crate runter? Sie ist nicht. Noch 32 am Leben. Hä? Ist die... Ah, die ist jetzt hinter dem Baum da, oder was? Ja. Schade. Hüah! Mal nämlich färbeln. Wo ist der denn? Wer will hier auf die Mütze? Oh, da war noch einer. Boah, 15. Also rein damit. Hm. Da war da noch einer gerade. Da war da noch einer auf mich geschossen. Können. Flashbang. Ich bin auf jeden Fall mit. Ich bin so noch ohne Ende. Oh, das ist ein schönes Eck zum Rauspicken von irgendwelchen Dukes. Kann ich da drüber schießen? Nee, shit. Hab den Kill gemacht. War meiner. Da ist einer. Den haben wir. War aber noch mehr, oder? Ich hab's immer noch nicht ganz verkraft, dass hier Leute mit 20 FPS spielen. Das ist ja Wahnsinn. Auto. Bleibt ihr hier stehen? Das ist gut. Gut. Das ist die große Frage. Hat er mich gesehen, oder nicht? Wirklich. Ich hab's in die Zone. Jetzt ist er bestimmt geär... Jetzt ärgert er sich bestimmt. Sein Auto Löcher hat. Einer der 15 Energy Drinks, die ich hab, muss jetzt dran glauben. Das ist glaube ich jetzt auch langsam an der Zeit mal hier. Wobei der Helm ist da auffälliger als meine Mütze. Der Firefighter hat sich angekrallt. Mit einer EBR. Jetzt haben wir uns verraten. Keine Granaten, oder sonst was. Ein bisschen schade. Braucht er noch mehr Zeug? Noch neun am Leben. Granaten. Eine Frag-Granate hab ich noch. Na ja, das nervt mich jetzt, dass wir hier mitten in die Zone reinrennen müssen. Acht noch am Leben? Sieben noch am Leben. Zug, 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 Zug. 01 wurde gerade grenadiert. Grenadiert. Ich seh niemanden mehr. Gern, Ghillie-Suit. Gern, Ghillie-Suit. Rechts könnte es gut sein. Der Firefighter ist noch am Start. Rechts könnte es gut sein, dass da noch ein paar Typen rüberrennen. Aus der Stadt jetzt hier. Odiard. Semi-Squirrel. 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 Der hat sich ein bisschen viel Zeit gelassen. Der hat mich nämlich platt machen können ohne Ende. Der hat mich auf jeden Fall gesehen, bevor ich ihn gesehen hatte. Das war auch, glaube ich, der Typ, der, ähm, dem ich sein Auto zerschossen habe. Silver Guy, glaube ich. Santa Claus, der Kampf-Santa kommt. Jetzt müsst ihr euch in Acht nehmen. Zone wird kleiner. Noch fünf am Leben. Nie mehr viele. Sind aufgepumpt ohne Ende. Da ist er, der Kampf-Santa. Oh, wir müssen einmal quer über die Map. Blöd. Was für ein Kasper. Was für ein Kasper, Leute. Das war ja mal wirklich similisches Theater. Das war ja noch was Gutes. Frack-Granade ist die einzige. Ultrawitzig. Okay. Oh, shit. Ich sehe ihn. Was ist denn? Ich habe mindestens zweimal getroffen. Einmal ein Hatcher. Das war übrigens der Typ mit dem Auto. Das war der Typ mit dem Auto. Oh. Noch drei. Er wurde mit einem Schally-Sniper-Dut hat auf ihn geschossen. Da unten ist er. Problem ist... Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Ist er jetzt noch da unten oder ist er da rauf? Ja, welcher von den beiden ist gestorben? Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Das ist ein Firefighter-Dude. Ich werde zu sagen, wo der ist. Ich sehe eine Granate. Oh, shit. Ich werde keine Granate mehr. Sonst würde ich das jetzt echt schwee tun. Lassen wir mal ganz kurz gucken. Ich habe halt auch nichts getroffen. Er hatte die schlechteren Waffen definitiv. Er wurde nicht geblendet. Oh, da hat er aber echt Glück gehabt da auch, ne? Schade Marmelade, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.